Hallo, heute gehe ich endlich das hier an. Und wenn meine Stimme im Arsch ist, dann weiß ich, was das ist. Ich habe Freitag gearbeitet, am Samstag war Lagerfeuer, wo wir rumgeschrien haben. Am Sonntag habe ich gearbeitet und bis auf letzte Nacht hatte ich in vier Tagen 15 Stunden Schlaf. Ich bin im Arsch, aber heute geht es um das hier. Ich wollte meine Haare wachsen lassen, damit jemand mir so kleine Braids reinmachen kann. Dieser Plan ist jetzt ins Wasser gefallen, weil die Person momentan keine Zeit hat für irgendwas. Das heißt, ich schneide sie mir wieder und vor allem gehe ich das hier an. Wenn ihr euch erinnert, das ist normalerweise auch so 0,3 oder so. Das heißt, das wird spannend. Ich hoffe, dass das mit dem Aufnehmen funktioniert und alles. Drum, let's go! 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 Nun,rum, los, going! Bis zum nächsten Mal. 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 Und bis zum nächsten Mal. Ciao.